Hallöchen! Ja liebe Minecraft-Freunde, Willkommen! So eine weitere Folge Minecraft und wie man sehen kann, habe ich wieder ein bisschen offline was gemacht. Ja, ich habe das Dach fertig, beziehungsweise, ja Dach, kann man Dach sagen, ne? Dach, Dach, die Decke, die Decke oder Boden, wie auch immer, von der ersten Etage nachher. Buh, da war ich ungefähr eine halbe Stunde, habe ich hier Eichenholz gehackt, besorgt, Bäume gefällt und so weiter. So, und was steht denn jetzt in der Aufnahme an? Wolle, 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 hier muss Wolle rein, hier inzwischen. Einmal komplett rum, bis dahin rum muss Wolle rein. Ich denke mal weiße Wolle, da habe ich am meisten von. So, und hier ist eine Lampe, hier sieht es gerade, da ist eine Lampe, ne? Ich habe mich ein bisschen rumprobiert. Eigentlich muss ich mal runter, aber ich glaube, ohne mir den Knöchel zu brechen, wäre das nichts. Also, ich sage schon mal, aua, 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 aua. Habe ich kein Aua gemacht? Habe ich kein Aua gemacht? Egal. So, hier in der Ecke habe ich ein bisschen rumprobiert. Da kann man schöne Glowstones und so eine Lampe hier reinsetzen. Sieht doch gut aus, oder nicht? Was sagt ihr dazu? So, da kann man hier später, hier kommt irgendwie, was kommt da hin? Grünzeug oder irgendwas? Irgendwas, was hier wachsen, hochwachsen kann oder so. So eine Blumenvase oder ein Stück Erde rein. Auf jeden Fall kommt hier irgendwie so ein Gründeko mäßig rein in den Ecken. So, dann wollte ich auch so Holzhaun hier so hingeklatscht. Sieht nicht schlecht aus. Was mache ich denn hier vorne vielleicht auch? Mal gucken, mit der Lampe wäre es am besten passt. Ja, und dann umgedrehte Treppen, Treppen, Fichten, Treppen, kommt dann hier immer komplett drumrum. Aber ich glaube, wir wollen erstmal jetzt Wolle besorgen. Und dazu brauche ich erstmal Platz. Erstmal alles raus, weil wir müssen nach Hause zu unserem Lager. Mal gucken, wo die Wolle ist. So, was ich nicht brauche. Erstmal alles raus. Ein Holz, komm. So, ich brauche Platz. Ich muss nämlich Wolle holen. Ich glaube, ein paar Zecken Wolle dürfte ich noch haben, weiße Wolle. Hatten ja schon mal gesammelt, ne? Ach, sie haben ja schon lange eine Schere machen können. Egal. Können wir da ja immer noch. Ja, um das nächste Mal gucken, vielleicht gehen wir auch mal wieder auf Diamanten zurück. Diamanten suchen, hätte ich auch mal wieder Bock. So, so viele Schafe hatten wir gar nicht mehr. Weiße Schafe, ne? Wir hatten ja eigentlich mal ein paar Folgen. Ein paar Folgen ist gut. Ungefähr, wie viele Folgen ist das her? Mindestens 100 Folgen. Da habe ich die Schafing ja mal eingefärbt hier. Ein bisschen blau, ein bisschen schwarz. So, und hier dürfte weiße Wolle drin sein. Ein bisschen, ja. Weiße Wolle, Weihe Wolle. Da steht immer noch Weihe Wolle dran. Ich glaube, das liegt am Texture Pack, ne? Mal Ressourcen Package. Da steht nicht weiße Wolle, sondern Weihe Wolle. Weihe, Weihe, ist ja auch egal. So, nehmen wir mit. Ist zwar nicht so viel, aber immerhin. Brauchen wir auch nicht jede Menge, ne? Hier habe ich doch irgendwo Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Wo ist denn hier Eisen? Bin ich blind? Ich habe hier nur Goldbahn. War hier nicht auch mal Eisen drin? Hm. Ey, wo war doch... Eisen. Da kann man was hören. Habe ich keinen Minecraft-Sound an? Ist das Spiel-Sound aus? Ich höre die Kisten gar nicht, wenn sie zugehen. Oh. Ich glaube, irgendwann stimmt mit dem Ton hier nicht. Die Musik läuft ja auch. Ich hoffe, mich hört man auch. Oh. Ich glaube, ich muss das gerade mal testen. Mache ich hier mal einen Schnitt oder so? Moment mal. Geht gleich weiter? Ja. Ja. Komisch. Egal. Was wollte ich jetzt? Was wollte ich jetzt? Ach ja, Eisen, Eisen, Eisen. Wo ist denn Eisen? Da ist Eisen. Nein, kein Eimer. Einmal eine Schere. Ich glaube, eine sollte reichen. Das Eisen packen wir mal wieder weg. So, natürlich wird es wieder dunkel. Irgendwie sieht das Bild auch ein bisschen anders aus. Da kann man den... Äh, ich habe aber auch eben auf dem Desktop. Habt ihr, glaube ich, gar nicht mitgekriegt. Aber... Ey, wie sieht das Bild jetzt? Egal, egal. Ich will jetzt Schaffel scheren hier. Was sieht der hämischen anders aus? Naja. So. Ne, Minecraft-Zaun ist echt aus, komischerweise. Ich weiß nicht, was hier los ist. Dummdi-dum-dum-dum. Wir gehen wieder zurück hier. Schnell zurück. Der Monster. Spawn gleich. Der kommt gleich. Oh. Ich will schlafen. Nein, dahinten sind zwei Keeper. Gespawnt. Ach, Mann. Mist. Mist, 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 Mist. Boah. Oh, oh, oh. Kein Boom, kein Boom, kein Boom. Bitte, bitte, kein Boom machen. Wow. Ging alles nochmal gut. Gott sei Dank. Äh, ich wollte schlafen. Oh, Mann. Es kommen doch gleich noch mehr Monster. Ach, das Bett ist doch gar nicht mehr hier. Das Bett ist doch da hinten, Askamon. Du Pfosten. Du Pfosten. Aber noch irgendeine Spinne. Kann ich schlafen oder sie? Es geht. Es geht. Ich kann schlafen. Gott sei Dank. Kann ich schlafen. So, jetzt gehen wir mal nach oben. Komm mal Erde. So, ich kann die Erde zum Hochbauern. Wolle ich mal hier. So, ab nach oben. Und dann wollen wir schon die Wolle verteilen. So, brauche ich die unterste überhaupt dahin? Oder muss ich? Naja, ich gehe erst mal kommt mit rum. Das kann ich so ordentlich wieder rausnehmen. Oh, ich werde so viel Wolle brauchen. Jede Menge brauchen. Jede Menge Wolle noch. Also heißt es bald Farming. Schaf Farming. Also erstmal müssen wir auch nicht hier ein paar Schafe noch besorgen. Beziehungsweise die müssen, ne, die müssen schön, schön ordentlich, ja, die müssen was zu essen geben und dann werden sie auch nicht rammeln und dann gibt es Nachwuchs und dann können wir schön Farming machen. So. Wie kommt der denn her? So, dann nochmal. So, das sieht doch schon mal gut aus hier. Wunderbar. So, gleich wieder ein Stecken weg. Was? Hellgraue Wolle? Nein! Habe ich denn hellgraue Wolle mitgenommen? Oh nein, es fällt ja auch noch runter, ich glaube, es ist so kostbar die Wolle. So, nochmal komplett 2er, beziehungsweise 3er. Ja, 3 hoch und dann komplett Rom. Sogar 4 hoch. Alles klar. Ach, da ist die Spinne. Da ist die Spinne versteckt von vorhin. Die wir noch im Dunkeln gesehen haben. So. Ich bräuchte echt viel, 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 viel weiße Wolle, bräuchte, ja. Oh, aber noch 3 Stecken. Eieieieiei, das ist langt ja vorn und hinten nicht. So, bisschen in der Ecke, kommen wir noch hin. Oh Mann! Irgendwann muss, oh, oh! Irgendwann muss ich da noch ein Fenster rein, da muss ich da noch mal gucken. So am besten machen. Hopp, die wir das auch symmetrisch. Oh Mann! Also, wenn wir die Fenster, das auch symmetrisch wird. Ja, ist auch gerade nicht so spannend. Das kann ich vielleicht auch offline sonst weitermachen. Oder wollt ihr das sehen? Na, wo kann man das auf... Oh, es glitt! Ich glaube, da unten ist auch ein bisschen dunkel da drin. Na, wo ich habe das schon ein bisschen ausgeleuchtet. Aber... Scheint Spawn, das ist doch noch was. So, letztes Stecken weißer Wolle. So, gleich ist er weg. Also, das Stecken. Oh, es leicht sich zum Ende. Fünf Stück noch. Das sind... Ne, sechs. Ah, noch sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, äh, sechs. So, weiße Wolle ist alle, ne? Da haben wir nur heilgraue Wolle. Jo. Ei, ei, ei. Na ja, langsam aber sicher, ne? Immer Stück für Stück. So. Was sagt mein Timer denn? Okay. Ich glaube, ich komme zum Ende. Ich habe jetzt im Besuch keine weiße Wolle mehr. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da. Lasst mir den daumen nach oben dauern. Ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Ich werde dann vielleicht nochmal aufrein, nochmal weiße Wolle besorgen oder Schafe vermehren. Oder macht das in der nächsten Aufnahme? Mal gucken. Ich sage auf jeden Fall erstmal, bis dann. Tschüss. Tschüss.